wir versuchen uns mal in die selbstkritik zu gehen und bauen jetzt hier auf eine station für die selbstkritik das ist eine art umkleidekabine das man umstellt ist von spiegeln und da kann man natürlich wunderbar sich selber prüfen schauen sie da ist sind spiegel drin da stellen wir uns jetzt beide hintereinander rein ich sage bescheid wenn er sich schlecht benimmt nacheinander ach so was machen wir uns da drin selbstkritik ich mache es einmal vor okay da bin ich gespannt ja aber sie müssen dann auch aber ehrlich ehrliche selbstkritik ehrliche selbstbefragung intellekt schärfen sie stehen hier passen auf fächern ein bisschen und jetzt kommt selbstkritik im spiegel der wahrheit was würdet ihr machen so johansel jetzt schaut dich mal an was ist aus dir geworden machst gags auf tele 5 und wo bleibt der inhalt ist netter mit frau ditfurt und dann quatsch du immer rein sehr stark geschminkt haare aus dem ohr schminke hier ich könnte kotzen dafür bin ich nicht angetreten sollte alles anders werden ich hatte mir das anders vorgestellt ich wollte fußballer werden ekelig ekelhafter typ